Wie lange darf mein Kind vor dem Bildschirm sitzen? Da gibt es Richtlinien dafür, und zwar für Kinder im Kindergartenalter eine halbe Stunde, für Kinder im Volksschulalter eine Stunde und für Kinder im Mittelschulalter zwei Stunden. Das sind die grundsätzlichen Richtlinien. Zusätzlich ist zu beachten, dass je jünger das Kind ist, desto mehr Begleitung braucht es durch uns Erwachsene. Wir sollten also mehr hinschauen bei jüngeren Kindern. Und zweitens, es geht darum, eine Balance zu finden zwischen der Bildschirmzeit und anderen Aktivitäten des Kindes, die auch draussen sind und die Sport zum Beispiel bedeuten können.